So, da sind wir schon bei der letzten Aufgabe, jetzt angekommen von den normalen Aufgaben. Danach kommen natürlich die Prestigeaufgaben. Jetzt soll mir Triff ein leichtes Ziel des Schießstandes. Den gibt es nur einen einzigen Ort dafür, weil in der Prestigeaufgabe ist es nämlich ein ganz anderer Ort. Deshalb würde ich sagen, wir probieren das Ganze auch in Arena Solo. Ich denke mal eigentlich, dass das die einfachste Variante ist. Weil in Gruppenkeile, wenn wir da auf der falschen Seite sind, sind wir ein bisschen blöd. Dann müsste ich öfters hin und her. Deshalb, wir probieren es einfach mal Arena Solo. Da ich eigentlich schon relativ spät bin mit der Aufgabe, denke ich mal, dass da auch keiner hinfliegen wird. Aber das werden wir dann sehen. Dann erstmal danke für 314 Abonnenten jetzt. Jetzt fehlen nur noch 6 Abonnenten und schon kommt die nächste Passive-Zahl unten hinzu. Wie ihr wisst, alle 10 Abonnenten kommt halt eine Zahl hinzu und bei 320 halt die nächste. Also, solltest du noch kein Abonnent sein, dann gerne jetzt abonnieren. Denn die anderen kriegen den Code schneller und du natürlich auch. Und wenn ich dir natürlich schon öfters helfen konnte und du eh öfters meine Aufgaben, Aufgabenslösungen anguckst, ist es natürlich sowieso. Dann lass endlich mal dein Abo da. So, und wenn du aber noch mehr wissen willst, was den Code betrifft, guck einfach mal in der Videobeschreibung. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich einmal mich vorstelle und auch erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert und so weiter. Aber die Kurzfassung ist halt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. So, wir müssen, 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 hier irgendwo hin. Sicher, wenn ich mir jetzt gerade auch nicht, aber der Schießstand soll dazwischen sein. Ist natürlich auch ein bisschen fies, dass sie da wirklich gar nichts zu schreiben. Ich bin gerade selber schon am gucken. Wir gehen erstmal definitiv zu dem Haus, um erstmal überhaupt irgendwas zum Schießen zu haben. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt wirklich ziemlich nah, bzw. was heißt ziemlich nah? Warte mal. Ich muss hier gucken. Irgendwo hier am Rand muss das auch sein. Aber wir holen den Art, also schon. Oh, überhaupt der Baumeister ist da. Man sieht. Zack, 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 zack. Was ist hier nichts in dieser blöden Hütte sonst? Und ja, wie ihr seht, ich habe hier den Skin, also habe ich die Fallschadenaufgabe endlich erreicht. Und zwar war das in einem Video von den Kopfschüssen. Ich habe es aber auch nochmal in die Kommentare reingepackt. Aber ich werde da gleich mal was Separates machen. Ich habe mir gedacht, komm, ich mache gerade noch die Aufgabe hier fertig. Die sind echt ekel, ey. So, der Schießstand ist hier. Aber wie gesagt, auf dem Thumbmail werde ich es natürlich auch nochmal zeigen. Wenn wir es hier geschafft haben. Also, wir müssen es hier draufstellen. Ernsthaft? Das war's. Krabber. Hm, das geht ja nicht mehr. Also, nochmal ganz kurz. Ich zeige es euch nochmal. Ihr müsst euch hier draufstellen. Und dann erscheint da hinten das Ziel. Wenn es weg ist, müsst ihr da. Zack. Die Prestigeaufgabe, ihr seht schon da hinten. Das ist dann da. Ich denke mal, das wird dann auch da sein. Aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, auf der Map. Hier zwischen Hunted Hills und Snowy. Wie ihr seht, es landet keiner hier. Entweder sind die Leute halt mit den Aufgaben noch nicht so weit. Wir wissen ja, größtenteils sind es halt die Kids. Die es machen. Und dann würde ich sagen, mit der Aufgabe habe ich euch eigentlich auch schon geholfen. Ihr wisst genau, wo es ist. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne. Haut rein. Und wie gesagt, wenn ich dir helfen konnte, Abo nicht vergessen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.